Machen wir die Matte noch einen kleinen Tick nach da, einen kleinen Tick nach hinten. Ja, so ist gut. Die Nummer eins ist natürlich mal wieder die Monika. Bäh! Gute Abend! Und der Mieke ist auch da! Hallo! Und der Jörg! Jörgi! Und der Frank! Der Vreen! Und 18 Uhr los geht es! Schönen guten Abend zusammen! Schön, dass ihr da seid zum Programm Wormat. Dann gehen wir neun Runden. Immer ein Dreierblock. Die ersten 30 Sekunden ein bisschen Boxen. Dann Ausdauer. Und dann kommt da nochmal ein Kraft- und Ausdauerblock hinterher. So, dass wir in drei Minuten alles so ein bisschen mitnehmen. Ja? Okay, stellt euch auf. Und schwingt mal den linken Arm nach hinten, den rechten Arm nach hinten. Wechseln auf rechts. Beide Arme nach vorne kreisen. In den Knien flexibel nachfedern. Und in den Atemrhythmus kommen. Hände an den Hinterkopf, Oberkörper zweimal nach links, zweimal nach rechts rotieren. Beide Arme nach vorne kreisen. Und dann alle drei, vier Paddler mit dem linken, rechten Arm am Körper vorbeischwingen. Die Arme hinterm Rücken, zweimal nachfedern. Erstgriff. Eins, zwei, drei, vier. Und wieder unser Fantasie Seilspringen auf der Stelle hopsen. Ein bisschen die Arme mitnehmen im Rhythmus. Und die Arme richtig anwinkeln und Schultern kreisen beim Springen. Nach hinten. Und wieder nach vorn. Und nochmal nach hinten. So, etwas stabiler aufstellen. Hände in die Hüfte, Oberkörper zweimal nach rechts federn, zweimal nach links federn. Wir bleiben in dieser Position, Oberkörper nach vorn. Linke Hand zum rechten Fuß, rechte Hand zum linken Fuß. Und eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Den Oberkörper langsam aufrichten und weiter rotieren. Wir stützen die Hände in die Hüfte und kreisen den Oberkörper. Weit nach hinten, weit nach links, nach vorn, nach rechts. Schön einrollen. Wechseln in die andere Richtung. Und wir wickeln die Arme an. Laufen auf der Stelle. Und gehen mit dem rechten Knie zum linken Ellenbogen. Laufen weiter und wechseln rechte Seite. Bam. Laufen. Bam. Und wir laufen weiter, nehmen die Fäuste hoch. Zur Denkung, schlagen linke gerade und strecken das rechte Bein nach vorn. Bam. Und laufen weiter. Schlagen rechte gerade, linkes Bein nach vorn. Bam. Und laufen. Immer wieder diagonal im Wechsel. Locker machen. Wieder stabil aufstellen. Ziemlich parallel und links rüber tauchen, rechts rüber tauchen. Bis die Oberschenkelmuskulatur am fixen. Boom. 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 Und wir bleiben wieder in der stabilen Grundstellung. Hände vor die Wurst. Zweimal federn. Und dann die Arme strecken. Und auch den Fußball mit gehen. Die Füße schließe in Schlussstellung. Mit den Fingerspitzen zwei, dreimal nach unten federn und oben zwei, dreimal nach federn. Und wir springen wieder an unser Fantasiesleis springen. Und ziehen die Hand hoch ans Gesäß. Durch die Unterarme mitnehmen. Und locker machen. Ein bisschen durchatmen. Trinken ein Stückchen. Wir steigen ein. Runde eins. Die ersten 30 Sekunden locker boxen. Dann Kniehebelauf. Dann drei Kraftübungen. Und die letzte halbe Minute nochmal. Habt ihr mal, dass wir mit einem schönen hohen Puls in die Pause gehen. Okay. Let's go. Locker einboxen. 30 Sekunden Freestyle-Schläge. Alles mitnehmen. Langsam einboxen. Mal nach vorne gehen und schlagen. So wie ihr Platz habt. Mal seitlich gehen. Mal durchtauchen. Und die erste Ausdauerübung. 30 Sekunden. Kniehebelauf. Aufwärtshaken. Go. Kniehebelauf gerade. Kniehebelauf. Freestyle-Einschläge. Gerade. Aufwärtshaken. Seitwärtshaken. Kniehebelauf. Und die erste Kraftübung. Sit-Ups. Rückgelage. Und go. Atme noch 10 Sekunden. Noch 5. Wechsel in die Liegestilz. Entweder Handfläche, Faust oder Griffe. Go. Auf die Beine. Stabil aufstellen. Kniebeuge. 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 Und die letzte halbe Minute seitlich Abelmann. Der ist gut. Go. 1, 2, 3, 4. Bleib dran. Jawoll. Noch 5. Sehr gut. Runde 1 geschafft. Ein paar Schritte gehen. Locker machen. So ihr Sportkanonen. Wir gehen Runde 2 wieder Freestyle boxen. 30 Sekunden Kniehebelauf. Dann Brustschwimmer, Beckenheber, Ausfallschritte und der Endspurt wieder Hampelmann. Ist ein Deal. Kann man machen. Tief durchatmen. Arme und Beine locker machen. Und wieder locker rein ins Boxen. Freestyle. Eure Lieblingsschläge. Erstmal die erste halbe Minute kreativ sein. Eigene Ideen haben. Dann kommen die Vorgaben. So oder so. Und wir starten mit dem Kniehebelauf gerade. Go! Dribbeln und gerade schlagen. Vollste bleiben in Augenhöhe. Kniehebelauf. Freestyle. Alle Schläge. Kniehebelauf. Und Kniehebelauf. Hier. Gehen direkt fliegender Wechsel in die Brustschwimmer. Und go! Schön atmen. Und ziehen. Jawohl. Wir powern. Wir sind stark. Wir ziehen durch. Wechseln in die Rücklage. Und hoch das Becken. Go! Und kommen noch 10. Atmen. Noch 5. Und direkt auf die Beine. In die Ausfallschritte. Hände in die Hüfte. Rechter Schritt nach vorn. Einbeugen. Zurück. Linker Schritt nach vorn. Immer an beide Knie gleichzeitig einbeugen. Und der vordere Ankel war in die letzte halbe Minute. Und komm. Und ziehen. Und springen. Bam, 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 bam. Arme lang. Linker, rechter Fuß nach vorn nach hinten. Und komm. Noch 10. Rhythmisch bleiben. Jawohl. Super. Und durchatmen. Sehr gut. So, wir kommen zur dritten Runde. Ich starte wieder Freestyle Boxing. So ein bisschen Freiraum. Dann wieder der Kniehebelauf. Dann kommt Unterarmstütz. Ruderstöße. Seitliche Ausfallschritte. Und seitliche Ampelmann. Dann haben wir den ersten Block geschafft. Dann geht das ganze zauber gedöns wieder von vorn los. So, dass wir dreimal das ganze durchgehen. Und auf neuen Runden kommen. Das ist super. Okay. Und auf geht's. Wieder locker Flüster boxen. Mal blocken. Mal durchtauchen. Infall. Nur hacken aus der Doppeldeckung. Und lösen. Lange Distanz. Bamm, bam, bam, bam. Gerade Schläge. Seitwärtshaken. Aufwärtshaken. Und wir starten Kniehebelauf. Freestyle. Go! Kniehebe aufwärts halten. Atmen. Lockerblenden. Kniehebe gerade. Und komm. Und in den Unterarmstütz. Wie ein Brett. Und komm. Wir halten, wir zittern gar nicht. Und wir halten. Super. Sehr gut. Das tut gut. Bleibt dran. Noch fünf. Und noch eine Kraftübung. Ruderstöße. Und noch eine Kraftübung. Und noch eine Kraftübung. Und noch eine Kraftübung. Und noch ein bisschen. Auf die Beine, seitlicher Ausfallschritt, Schlussstellung und wir gehen rüber, ins linke Bein einbeugen, zurückfedern, rüber, rechte Beine einbeugen, zurückfedern, Oberkörper bleibt gerade. Jawohl, sehr gut, schön, die war langsam. Und noch einmal. Und die letzte halbe Humpelmann seitlich, go. Eins, zwei, drei, vier. Noch fünf. Jawohl. Super, sehr gut. Wunderbar, wir haben den ersten Block geschafft. Gut. Minütchen Pause, ein paar Schritte gehen, ein bisschen was trinken und dann fangen wir wieder von vorne an. Runde vier. So. Freestyle-Boxen. Kniehebel auf. Sit-ups, Liegestütz, Kniebecken. Und zum Schluss wieder seitlicher Humpelmann. Schon mal in die Doppeldeckung gehen. Und auf geht's. Jab rein. Stabile Deckung. Und wir starten. Kniehebel aufwärts haken. Locker dribbeln und guckern. So. Schön locker bleiben. Atmen. Kniehebel gerade. Vorste rein drehen. Vorste schließen. Kniehebel freestyle. Und auf der Rückenlage. nochmal tief durchatmen. Und wir starten. Sit-ups. Los geht's. Noch fünf. Jawohl. Komm. Wechsel. Die Liegestütze. Die pumpen wir weg jetzt. Und go. Auf die Beine. Kniebeuge stabil stehen. Und los geht's. Rücken gerade. Po russchlecken. Und atmen. Jawohl. Fünf. Und der Endspurt. Unser Humpelmännchen. Go. Bleibt dran. Zehn. Komm. Fünf. Komm. Fünf. Jawohl. Sehr gut. Und Luft holen. Super. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Trinken. Runde fünf. Runde fünf. Freestyle boxen. Kniehebelauf. Brustschwimmer. Beckenheber. Ausfallschritte. Und vordere Hand. Das passt. Macht euch locker. Aktiv hin und her gehen. Versuchen schnell zu regenerieren. Jetzt wenn die Arme schwer sind. Die Beine schwer sind. Sauber bleiben. Saubere Schläge. Wieder ein bisschen weniger schlagen. Aber korrekt. Denkt an die Deckung. Es hat keinen Sinn den Bauchnabel zu decken. Kann man auch machen. Aber das klappert dann zu sehr am Kinn. Schön gucken. Immer wieder nach vorne. Die Schläge. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Und wir starten Kniehebelauf gerade. Go. Und schön drippeln. Ausdauer. Herz Kreislauf. Wird sich bedanken bei uns. Wir sind fit. Ich glaube, ich habe zu viel Kaffee getrunken heute. Kniehebelauf. Und auf den Bauch legen. Noch mal vorher tief durchatmen. Und die Brustschwimmer. Komm. Komm. Bleib dran. Bleib dran. Gleich geschafft. Sehr gut. Nur noch fünf. Und Rückennlage. Beckenheber. Wie geht die Übung? Atmen. 10 Sekunden. Und Wechsel auf die Beine. Ausfallschritte links rechts. Und los geht's. Bleib schön gerade am Rücken. 10 Sekunden. Schön die Balance halten. Noch fünf. Und der vordere Ampel mal auf geht's. Lange Arme. Und die Rhythmischen Sprünge. Bumm. 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 Jawohl. Bumm. 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 Sehr gut. Das tut gut. Wunderbar. Und wir gehen mal. So. Wir kommen zur Runde 6. Schön tief durchatmen. Freestyle Boxen. Knie Hebel auf. Unterarmstütz. Ruderstöße. Seitliche. Ausfallschritte. und seitliche. Kampelwand. Kann das sein? Ja. Macht euch locker. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Fünf Sekunden. Dann geht's wieder rein in den Fight. Okay. Kein Problem. Boxt weiter. Ich starte nochmal neu. herein. Buh it go. Lockerboxen. Jetzt läuft's wieder. Noch 10 Sekunden. Pah, pum. Und die Starten, Kniehäbel auf gerade. Locker bleiben, Kniehäbel auf Freestyle, Kniehäbel aufwärts. Und in den Unterarmstütz. Wir kommen wieder zum Kraftteil. Und halten, bleiben stabil. Jetzt läuft der Motor. Und atmen. Rücken gerade. Noch 10. 5. Und wir wechseln zu den Ruderschlüssen. 5. Auf die Beine. Und wir gehen in den seitlichen Ausfallschritt. Schritt drüber nach rechts einbeugen. Linkes Bein strecken. Zurück feiern. Und links rüber. Rücken gerade. So wie es geht. Jawohl, super. Noch eine. Und die letzte Halbe seitlich. Ja, go. 1, 2, 3, 4. Und komm. Bleib locker. Atmen. Noch 5. Das war klasse. Wir kommen zum letzten Block. Wir starten nochmal. Mit unseren drei Abschlussrunden. Tief durchatmen. Schritte gehen. Trinken. Luft holen. Runde 7. Geht wieder los. Freestyle boxen. Kniehebel auf. Zittern. Schliegestützt. Kniebeugen. Und wieder der selbliche Atmen. Sauber schlagen. Nicht pfuschen. Und komm. Alle schlägen. Versuch schnell zu schlagen. Auch wenn die Muskulatur jetzt müde ist. Ruhig mal. Ein paar Schläge bringen. Die ihr nicht so gerne bringt. Und der Kniehebel auf. Freestyle. Komm. Schön locker. Bleiben. Kniehebel aufwärts. Pauste schließen. Locker bleiben. Atmen. Und die letzten 10 Kniehebel geraden. Rückenlage. Die Sit-ups. Die poweren das Ding durch. Go. Jawohl. Super. Bleibt dran. Wir haben nur noch 10 Sekunden. Noch 5. Und dann wechseln die letzten Liegestütze. Komm. Wir poweren nochmal. Mindestens 10. Und weg von der Liegestütze in die Kniebeuge. Auf geht's. Ein letztes Mal wie die Kniebeuge hier. Jawohl. Noch 5. Und noch einmal. Der salzliche Handelwagen. Komm. Noch ein paar Pusche. Und danach haben wir wieder eine Minute Pause. Halte durch. Noch 10. 5. Sehr gut. Super. Jawohl. Macht Spaß. Luftrollen. Zwei Runde noch. Runde 8. Kommt jetzt. Wir steigen ein. Freestyle Boxen. Mit Freestyle Boxen. Kniehebelauf. Große Schwimmerbeckenheber. Ausfallschritte. Und die seitlichen. Oder die vorderen Handelwagen. Sehr gut. Runde läuft noch. Macht euch locker. Noch 2-3 Mal tief durchatmen. Schon mal locker eindribbeln. Und auf geht's. Klare Aktion. Sauber schlagen. Wir holen Get式e nachher auf das. Yep. Ok. Kniehebe geraden. Komm, zieh durch. Kniehebe füße. Fünf. Und auf der anderen Belegung. Auf der Auflage. Luft ohne Brustschuhe. Und komm. Bleib dran. Zieh durch. Nicht schlapp machen. Du schaffst das. Wechsel. Deckenheber. Kreiß die Zähne zusammen. Und go. Super. Wir sind gut dabei. Noch zehn. Fünf. Auf die Beine. Und die Ausfallschritte. Balance. Rechts. Ein Mogen zurück. Links. Ein Mogen zurück. Halte die Balance. Und die letzte halbe vordere Hampelwahn. Auf geht's. Lange Arme. Und die Sprünge. Rhythmisch bleiben. Harmonisch. Das muss gut aussehen. Das war klasse. Wir haben noch mal eine Runde. Die schaffen wir auch noch. So, die letzte Runde. Kniehebelauf. Becken. Über dem Boden halten. Unterarmstütz. Ruderstöße. Seitliche Ausfallschritte. Seitlicher Hampelmann. Dann haben wir unseren letzten Block auch geschafft. Beine lockermachen und wir steigen ein in die letzte Runde. Auf gehts. Auf gehts. Auf gehts. Auf gehts. Los gehts. Gerade. Jawohl. Und wir gehen rein in den Unterarmstütz. Und noch einmal stabil. Und go. Halten. Gleich geschafft. Und die letzten Ruderstöße. So schnell geht das. Und komm. Bleib dran. Jawohl. Atmen. Zehn Sekunden. Fünf. Und ein letztes Mal. Auf die Beine und die Ausgangsschritte nach links und rechts. Bleib gerade am Oberkörper. So. Super. Wir sind auf der Zielgeraden. Wir haben es gleich geschafft. Gutes Gefühl. Weiter atmen. Noch fünf. Und die letzte Seite. Und die andere Seite. Die andere Seite. Auf gehts. Go. So. Komm. Endspot. Machen wir Power. Zehn. Fünf. Jawohl. Das war's meine Lieben. Zwei. Zwei. Auf die Matte gehen. Und dann kommt ein Cooldown. Tief durchatmen. Noch mal was trinken. Und wieder zurück auf die Matte. Wir legen uns auf den Rücken, stellen die Beine an und schütteln mal die Waren und die Oberschenkel auf. Strecken das rechte Bein, greifen uns in die linke Kniekehle, ziehen die Oberschenkel zum Oberkörper und versuchen langsam das Bein zu strecken. Spannung lösen, ablegen, wechseln zum anderen Bein. Und wir lösen wieder, stellen die Beine an, die Arme seitlich weg vom Körper, Beine aufschütteln, die Knie anwinkeln. Langsam die Knie nach rechts absinken lassen, den Kopf dabei nach links drehen und schön weiter atmen. Und wechseln, Knie rüber nach links, Kopf nach rechts drehen und schön durchatmen. Und wieder die Beine anstelle, greift euch in den Knie, zieht euch damit hoch, streckt die Beine und versucht euch langsam nach vorn zu ziehen. Spannung halten. Und wir lösen die Spannung. Bleiben gerade sitzen, stellen die Beine an, schütteln nochmal die Waren auf den Oberschenkel. Ziehen das rechte Bein ran zum Oberkörper und stoßen es nach vorn, drei, vier Mal. Und wechseln mit dem anderen Bein, ranziehen und nach vorn stoßen. Und wir strecken die Beine wieder, leicht krätschen und gehen dann rüber zum rechten Knöchel und ziehen uns langsam nach vorn. Lösen und wechseln zur linken Seite und ziehen uns dann nach vorn. Und wir setzen uns wieder gerade, schließen die Beine, gehen entweder in den Schneidersitz oder bleiben mit den gestreckten Beinen schön gerade sitzen. Wechseln, legen die Kopf ins Gewicht und kreisen die Schulter nach hinten. Und das Kind nach vorne auf die Brust, Schulter nach vorne rollen. Wir setzen uns gerade, blickt nach vorne, greift durch den rechten Ellenbogen, zieht den Arm hinter den Kopf Richtung Wirbelsäule. Und die Brust raus, Rücken geraten. Langsam lösen, wechseln zur anderen Seite. Spannung wieder halten. Und wir lösen wieder, rollen nochmal die Schultern nach vorne nach hinten. Setzen uns richtig schön gerade, ziehen die Luft rein. Ziehen die Schultern so weit wie möglich nach oben, bleiben gerade und stoßen die Luft raus. Und lassen die Schultern sacken. Noch einmal, richtig schön raufziehen. Und raus die Luft und sacken lassen. Und noch ein letztes Mal. Und raus die Luft. Das war's, ihr Lieben. Vielen Dank für's Mitmachen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönen Abend. Und morgen geht's weiter mit Rüdiger, 18 Uhr. Dein Fit und Bunter. Tschö, tschö. rip! train 1 et 2 4